Ich dachte gerade, oh, wer ist das denn, der mich jetzt hinzugefügt hat? Und im nächsten Moment... Ach ja, stimmt, das ist der gleiche Name. Boah, ich bin hier voll am Schwitzen. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich ziemlich warm angezogen bin und die Tür zu hat. Mich wollte er nicht. Vielleicht war es auch zu schnell. Vielleicht hat er gedacht, boah, endlich sind sie mal. Da ist einer bei mir, bist du das? Du bist aber vor mir gestorben. Da ist direkt ein Generator bei uns, wenn du das bist. Wieso sehe ich das nicht, ey? Hier, siehst du das? Du sagst immer, dass ich bei dir bin oder so, aber bei mir ist diese Kamera so, dass ich immer erst woanders hingucke. Okay. Nein, scheiße, das war ich, sorry. Warte mal, lass mal den Generator. Oh, 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 ready. Oh, ja. Voll ausgetrickst. Oh, dahinter ist es. Oh, da ist es nur so, halt. Aua. Lock ihn weg, Lock ihn weg. Oh, ich habe die Dings noch runtergehauen. Oh, oh, oh. Der hängt dich jetzt hier an den Haken, garantiert. Der hängt dich an den Haken. Ne, und ich stehe direkt neben den Haken, das ist nicht gut. Ne, er hat sich hinten angehangen. In die Ecke, oder was? Das ist doch scheiße, wenn du einen Killer nicht siehst. Wow. Hat der dich? Mann, ey, der war fast fertig. Da kommen zwei so Dinger direkt am Anfang. Der ist noch bei mir. Ja, ich merke es. Oh, aber offensichtlich. Okay, einen Generator haben wir. Mit den anderen Paletten. Was ist denn? Hilft er dir jetzt, oder was kriegt er dich? Heißt du mich? Oh, der ist auch. Oh, warte mal, ich wollte dich teilen. Musstest du auch neben der Palette stehen? Mann, ist das mit dem Fluchtweg zerstört. Ah, er ist bei mir, glaube ich. Ich glaube, er steht... Stand hier nicht direkt neben? Ich mache ja trotzdem den Generator weiter. Vielleicht könnt ihr dann entkommen. Ich bin entkommen soweit. Aber er sieht mich ja. Und ich muss mich nicht gesteckt haben, das stimmt. Ja, er hat mich. Ich fiel wieder aus der Taumwelt raus. Wo bist du denn? Ich bin viel abgehauen von ihm. Nee, nee, äh, der Lars. Er sagt, der hat ihn, aber... Scheiße, scheiße. Der Generator hier ist zwei Drittel fertig, wo ich jetzt... Oh, wo ich jetzt gerade bin und zerstört habe. Ich glaube, ich schläft ihn direkt in die Arme. Mann, ey, wie so schnell ist denn der, ey? Ja, nicht ganz. Da ist jemand reingelaufen, der gerade kaputt gegangen ist. Ich mag Jura spielen. Ja, er hat mich aufgehauen. Aber ihr seid alle in der Nähe hier. Wo ist er hin? Das Problem ist, man zieht nicht, wo der hinrennt dann. Ich geh mal hier rüber. Kommt schon wieder. Ach, bist du das? Ja, ich... Er hat mich, er hat mich. Ich bin in der Traumwelt. Wie ist es denn da? Ja, ganz nett. Außer, dass er mich die ganze Zeit hat. Nein! Oh, du sollst die Palette nehmen und dir nicht in die Arme laufen, du blöde Kuh. Der steht bei dir, wo du eben in der Nähe warst bei mir. Der läuft hier irgendwie ein bisschen paralysiert in der Gegend rum. Er hat mich aufgehangen. Da, wo die Palette ist und der Generator. Direkt bei einem von euch in der Nähe. Ja, ja. Steht, stand gerade noch neben mir. Irgendeiner ist sich da ganz ruhig am Heilen. Das war ich. Ja, ich würde mich beeilen, weil er ist, glaube ich, noch in der Nähe. Nein, das ist er! Oh Mann, ey! Jetzt habe ich mich extra so schön versteckt. Ah, pass auf, der ist bei dir in der Nähe, wer auch immer das ist. Ja, ich bin immer noch hier. Ich komme ja nicht weg. Er geht in deine Richtung. Holt ein bisschen aus. Will mich an gleich einen Haken, glaube ich, wieder hängen, ja. Ja. Ich bin gleich platt. Bist du am Kämpfen oder bist du tot? Ne, ne, ne. Ja, jetzt am Kämpfen, na. Aber pass auf, der ist noch hier, oder? Na, ich höre nicht mehr. Ich höre auch die Musik vom Kämpfen gerade. Ich höre nicht wieder. Ja, inzwischen auch wieder. Ja, das ist gut, wenn man nicht jetzt wieder. Aber ihr habt Zeit für die Dinger. Ja, manchmal. Ich halte ihn hier ein bisschen. Du hältst ihn hier, weißt du das? Bei mir am Kämpfen. Ich halte ihn hier. Ja, vielleicht. Nein, nicht wieder meine Richtung. Was? Noch zwei Stück? Was? Wie schnell haben die gerade gemerkt? Nein, er ist wirklich hinter mir hergelaufen. Och, leck mich. Nein, nimm bloß die scheiß Palette nicht. Nimm sie eine Stunde später. Genau. Das ist doch nicht normal, ehrlich. Ich gehe jetzt einfach an den Generator. Ich habe der Zeit. Ich bin eh gleich kaputt. Wer fand das jetzt? Hat nämlich hier blockiert gerade irgendeiner. Ja, der läuft aber jetzt in die andere Richtung. Ja. Oh, scheiße. Wo bist du? Oh, weiß ich nicht. Aber er ist weg. Wir machen gerade... Oh, er kommt. Ja, heil dich bloß nicht! Warum guckt die denn immer so blöd? Ich bin hier voll auf offenem Feld. Ich bin mir nicht wieder am Gelaten. Ich bin in so einem Haus, so einem Halt kaputt und am Orkan. Hacker kaputt. Wenn man es ist. Ich bin das nächste Opfer. Ich bin wahrscheinlich das Opfer. Ja, nicht. Ja. Wieso nicht ich? Ich bin bei der Hälfte beim anderen Generator. Ach, der ist schon fertig. Ich bin aufgehangen. Ich bin aufgehangen. Oh, ich bin aufgehangen. Oh. Ich glaube da lief er auch gerade. Ach, du bist das. Oder? Bist du das überhaupt? Ich bin aufgehangen. Hi, hier. Aber ich muss kämpfen schon, ne? Also, hallo. Ja, ich komme in deine Richtung. Hier ist auch ein Generator. Wir haben noch zwei Generatoren. Einen, der war fast fertig in meinem Generator, wo ich war. Ist er da? Lala. Er lebt. Noch nicht. Ich höre, ich höre ihn noch in der, der ist noch in der Nähe hier. Sicher? Ich bin direkt in der Nähe. Oh ja. Irgendwas höre ich. Ja, ja, ich höre es jetzt auch. Ja. Aber ich sehe ihn nicht. Und ich bin... Ich komme trotzdem. Ah, er hat mich jetzt gleich. Pass auf. Lauf weg, lauf weg. Nicht in die andere Richtung. Lauf raus. Das war zwei jetzt Anfänger, aber... Geiß, oder? Oh, oh, oh. Ja, ich sehe es. Entschuldigung. Er will mich nicht. Ich bin in der Traumwelt drinnen. Aber ich finde keinen Generator. Der eine ist ja schon durch. Du kannst dich auch selbst an. Du bist nicht gedinkst, Scheiße. Du musst halt irgendwo einen Fähigkeit-Check machen, wenn du... Einer fehlt noch. Ein Generator noch. Komm. Ja, den brauche ich, damit ich den hier kaputt... Also, damit ich, ne? Oder der andere Generator? Der andere ist fertig. Der andere ist... Nein! Oh, scheiße! Ist die denn dämlich, oder was? Die soll da durchlaufen, wenn die die Palette nennen muss. Nee, aber ich bin jetzt gleich weg. Beschäftige noch ein bisschen, dann bin ich gleich drauf. Ja, vor dem Haus. Vor dem Haus, in der Mitte. Ja, ich komme in den Keller. Ich war ein böses Mädchen. Ich habe einen Generator und der ist drei Mitte. Nee, 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 er geht durch, er geht durch. Pass auf. Ja, aber nee, jetzt bin ich, jetzt bin ich instant. Bin instant. Pass auf, der ist da hinter uns, ne? Komm, den Krieg wird. Ihr dürftet jetzt eigentlich raus können. Sobald ich hier endlich mal abfange... Ausgang, Ausgang, Ausgang. Wo ist der Ausgang? Wo? Ich habe mich geopfert, ihr müsst wenigstens überleben. Ja, wir laufen aber alle dahin. Das ist doof. Ich muss die Tür machen. Ja, eigentlich müsst ihr zwei Ausgänge machen. Ja, macht nur die Tür. Aber, komm her. Der Nils ist... Ah, da... Achso, ihr beide seid dahinter. Okay. Oh nein, der ist in der Traumwelt. Scheiße, was ich... Hilf ihm. Nein, bleib stehen. Nein, was macht der? Oh oh. Schön, schön. Bei euch. Ist egal, das strafen wir. Der kann uns hauen, wir können trotzdem raus. Mach einfach die Tür weiter. Ja, da ist er, da ist er. Drei Viertel. Ich will sie nur offen kriegen. Ich will sie offen kriegen. Oh, pass auf. Raus, 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 raus. Der andere läuft hinter euch her. Ja, ja. Haben wir es alle? Ja, ich nicht. Der eine ist, glaube ich, totgefallen. Doch, nee, der ist mitgekommen, meine ich, oder? Ja. Der ist aber umgefallen, oder? Der kann trotzdem durchkrabbeln. Echt? Oder? Hat er es geschafft? Ja, ich meine, er ist durch. Ja, hat er es geschafft. Gib die... Ich habe mich geoffert, damit ihr mal heppen könnt. Wer hat ihm gehelft? Wer hat ihm gehelft? Irgendwas halt. Ja, ich bin immer wieder zu irgendwelchen Leuten hin und habe die abgehangen. Ich weiß, ehrlich gesagt, bei den ganzen Closets nicht mehr, wer wer ist. Also, ich wäre, ich wäre, ich bin zweimal, glaube ich, abgehangen worden und habe mich dann nochmal geheilt, aber wir haben auch diesmal die Generatoren gut erwischt, also das würde ich gemacht haben. Ja, ich nicht. Ich habe immer die erwischt, die schon weiß waren. Danke.